Tomaten mit mehr Vitaminen, Tomaten, die unseren Blutdruck senken können, Salat, der länger frisch bleibt, Soja mit besserer Fettzusammensetzung. Neue Gentechnikmethoden machen es möglich. In den USA, Japan und China ist das schon Realität. Bei uns noch nicht. Aber das wird sich womöglich bald ändern. Die bisherigen strengen Regulierungen in der EU sollen aufgehoben werden. Forschende wie Robert Hoffi stehen bereit. Er ist begeistert von den Möglichkeiten der Technik. Mit nur einem Eingriff in das Genom von Gerstenpflanzen konnte er diese resistent machen gegen eine bedeutende Pflanzenkrankheit, das Gelbmosaik-Virus. Die Art der Veränderung, die wir erzeugen, ist identisch mit dem, was auch durch natürliche Mutationen passiert oder eben durch alte Züchtungstechniken. Dennoch wollen laut Umfragen rund 80 Prozent der Deutschen keine gentechnisch veränderten Lebensmittel. Auch nicht solche, die mit neuen Methoden hergestellt wurden. Doch ein neues EU-Gesetz soll diese neuen Techniken nun fast ohne Auflagen gestatten. Unverständlich findet das Bundesamt für Naturschutz eine der Zulassungsbehörden für gentechnisch veränderte Organismen. Vorgeschlagen ist, dass man mehr oder weniger fast alle Pflanzen nicht mehr anguckt, nicht mehr anschaut, sondern nachdem man sie angemeldet hat, freisetzt. Und das heißt, ich mache keine Risikobewertung mehr. Also keine Überprüfung auf Gesundheits- und Umweltrisiken. Robert Hoffi und viele Forschende in Deutschland und weltweit sehen darin kein Problem. Ganz im Gegenteil unterstreichen sie die Chancen für die Landwirtschaft. Vor allem mit Blick auf die Herausforderungen durch den Klimawandel, mehr Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Großes Potenzial sehe ich im Bereich der Resistenzzüchtung. Das heißt, dass wir Pflanzen widerstandsfähiger machen können gegen Krankheiten. Weil wir eben für viele Krankheiten Gene kennen in den Pflanzen, die die Pflanzen anfälliger machen. Und die wir dann eben so verändern können, dass die Pflanzen widerstandsfähiger sind gegen diese Krankheitserreger. Das sei zu kurz gedacht, argumentiert der Biolandbau und lehnt Gentechnik als zu eindimensional ab. Wenn sie Gentechnik einsetzen, hat es meistens zur Folge, dass die Pflanze, die gentechnisch verändert wird, möglichst identisch weiter vermehrt wird, dass da Patente drauf sind. Und dass dann in einem Acker nur eine gentechnisch veränderte Pflanze steht. Und dann öffnen wir Tür und Tor den Schadorganismen, die sich dann anpassen können, die sich schnell anpassen können und dann eben große Epidemien auslösen. Kritiker befürchten zudem, dass für Verbraucher nicht mehr erkennbar sein wird, was Gentechnik ist und was nicht. Letztendlich könnte ganz Deutschland Gentechnikzone werden, mit Ausnahme der Biobetriebe. Doch was genau hat es mit den neuen Methoden der Gentechnik auf sich? Robert Hoffi und sein Team haben eine davon genutzt. Mit CRISPR-Cas haben sie genau das Gen abgeschaltet, welches das krankmachende Gelbmosaik-Virus zu seiner Vermehrung in der Pflanzenzelle braucht. Und das geht so. Zu unreifen Gerstenkörnern geben sie kurze Gensequenzen. Zusammen mit einer Art Schere gelangen sie über einen Transportmechanismus in den Zellkern. Dort docken sie passgenau an dem Gen an, das abgeschaltet werden soll. Die molekulare Schere schneidet die Erbsubstanz dann exakt an dieser Stelle durch. Die Pflanze versucht daraufhin, ihr Erbgut zu reparieren. Dabei passieren häufig Fehler, Mutationen. Einige führen dazu, dass das Gen nicht mehr funktionstüchtig ist. Es ist abgeschaltet. Mit diesen resistenten Exemplaren züchtet der Forscher dann weiter. Solche Mutationen kommen aber auch natürlicherweise vor. Deshalb, so das Argument der Befürworter, sei die neue Gentechnik nichts anderes als Züchtung mit einer anderen Methode. Jede genetische Veränderung selbst ist nicht gefährlicher oder hat kein höheres Risikopotenzial als das, was wir bisher schon in der Züchtung machen. Und wir erzeugen auch weniger Veränderungen in der Pflanze, als sowieso mit jeder Generation durch natürliche Mutationen passieren. Also wir machen eine Veränderung mit der Genschere und gleichzeitig passieren pro Generation sowieso als Faustzahl ungefähr 50 Veränderungen im gesamten Genom der Pflanze. Und die 51. Veränderung oder die 51. Mutation ist jetzt die, die kritisiert wird. Doch das sei gar nicht der entscheidende Punkt, sagt die Biologin und Agrarwissenschaftlerin Maria Fink. Widerstandsfähige Pflanzen seien ganz ohne Gentechnik möglich und das viel nachhaltiger. Die ökologische Landwirtschaft ist ja ein Systemansatz, der wirklich sagt, das ganze System muss zusammenwirken. Die Kreisläufe vom Boden über die Pflanzen, über die Luft und die Landschaft spielt eine Rolle, die Vielfalt im Feld und alles. Und da eine Pflanze eine unendliche Anzahl von assoziierten Mikroorganismen hat, die notwendig sind für die Gesundheit der Pflanze, muss man die Pflanze als ein großes symbiotisches System mit ihren Mikroorganismen sehen. Inzwischen weiß man zum Beispiel, dass der Boden mit den Mikroorganismen um die Wurzeln der Pflanzen herum nicht nur ihrer Ernährung dient, sondern auch ein Teil des Immunsystems der Pflanzen ist, sie also widerstandsfähiger macht. Man muss das vergleichen ein bisschen wie mit unserem Verdauungsorgan. Wenn bei uns in unserem Verdauungsorgan, das ja pickepackevoll mit Mikroorganismen ist, die Zusammensetzung der Mikroorganismen nicht stimmt, dann werden wir krank. Und dasselbe passiert mit den Pflanzen, wenn im Boden die Zusammensetzung der Mikroorganismen nicht stimmt. Deshalb verfolgt der Biolandbau einen ganz anderen, traditionellen Ansatz, um Pflanzen fit für den Klimawandel zu machen. Eine schonende Bodenbearbeitung zum Erhalt der Bodenorganismen gehört dazu. Ebenso ein ganzjähriger Bewuchs und eine besonders vielfältige Fruchtfolge. Sie verhindert, dass Krankheitskeime und Schädlinge überdauern können und der Boden auslaugt. Solch eher traditionellen Methoden stehen die neuen Techniken um die Genschere CRISPR-Cas gegenüber. Seit ihrer Entdeckung 2012 hat sich vor allem bei Saatgut- und Biotechunternehmen eine Art Goldgräberstimmung breitgemacht. Denn schon mit einer einzigen gezielten Veränderung im Genom können die Pflanzeneigenschaften beeindruckend verändert werden. Das Gesetzesvorhaben der EU würde nun allerdings bis zu 20 Änderungen auf einmal erlauben. Damit könnten mehrere Gene ab- oder angeschaltet, Basenpaare entfernt und an anderer Stelle eingefügt oder genetische Informationen einer verwandten Art eingesetzt werden. Doch was könnte hierbei passieren? Verschiedene Szenarien sind denkbar. Die Pflanzen produzieren giftige Stoffe gegen Schädlinge. Das ist gewollt. Aber die Giftstoffe wirken womöglich nicht so zielgerichtet wie gedacht, sondern schädigen oder töten auch andere, nützliche Insekten. Vorstellbar wären auch Wirkungen auf den Menschen, zum Beispiel allergische Reaktionen. Bislang ist allerdings noch kein solcher Fall bekannt. Und die Techniken entwickeln sich rasant. Ausgehend von Veränderungen am Pflanzenerbgut kann inzwischen sogar in das Erbgut von Schadinsekten eingegriffen werden. Frisst ein Schädling an der Pflanze und nimmt das veränderte Pflanzenerbgut auf, lassen sich seine Gene so manipulieren, dass er die Nahrung nicht mehr verdauen kann und verhungert. Auf die gleiche Weise lässt sich ein wichtiges Gen blockieren, das für die Entwicklung des Chittinpanzers sorgt. Mit ebenfalls tödlichen Folgen. In Anbetracht des rasanten Fortschritts dieser Techniken fordert das Bundesamt für Naturschutz, einen klaren gesetzlichen Kontrollrahmen beizubehalten. Es geht darum, dass wir diese Techniken klug nutzen. Und klug nutzen können wir sie nur, wenn wir die Risiken kennen. Das heißt, ich muss mir einmal angucken, ist das sicher, diese Anwendung oder nicht. Vor allem, weil durch die neue Gesetzgebung sogar Wildpflanzen ohne Auflagen gentechnisch verändert werden durften. Zum Beispiel, um klimaresistentere Bäume, Büsche und Gräser zu züchten. Das ist eine neue Dimension. Sogar Gentechnik-Befürworter wie Robert Hoffi sehen das kritisch. Bei Wildpflanzen ist das natürlich anders, weil wir da auch Beispiele kennen, wo Wildpflanzen in anderen Regionen, wo sie vorher nicht vorkamen, invasiv zum Beispiel geworden sind. Auch das gibt es bei Kulturpflanzen so keine Beispiele dafür, weil Kulturpflanzen eben auf die Betreuung durch den Menschen angewiesen sind. Viele Fragen sind noch ungeklärt. Zum Beispiel, ob gentechnisch hergestellte Pflanzen in der EU patentiert werden dürfen. Das könnte die Dominanz der großen Saatgutkonzerne noch stärken und zu weniger Vielfalt auf dem Acker führen. Aber ganz gleich, wie man zu den neuen Methoden der Gentechnik steht, sie sind nicht die einzige Lösung. Es gibt viele Möglichkeiten, die Landwirtschaft klimastabiler zu machen.